So Leute, wir haben uns ja schon den letzten Song des Osterhasen angeguckt, aber wichtig und richtig sind natürlich auch die Outtakes, denn die sind immer sehr, sehr nice. Also gucken wir uns jetzt die Outtakes von Julian Bam an zum letzten Song des Osterhasen. Ich würde sagen, let's go! So, wie sage ich euch das jetzt? Es gibt einen neuen Colorway, aber limitiert. Farbe Natural Raw. Auf Devil's Sister angelehnt. Ach ja, und es gibt jetzt die Fuck-Off-Socken im Eternal-God-Store. Socken-Game auf ein anderes Level gebracht, da könnt ihr einfach ganz liebevoll jemanden sagen, dass er sich verpissen. Das war eine Idee, die wir Anfang des Jahres hatten und ich finde die immer noch sehr, sehr geil. Das heißt, wenn ihr euch so hinlegt und mit jemandem sprecht, könnt ihr einfach so machen. Und es gibt noch eine Fuck-Off-Bauchtasche dazu, hier ein Bild. Und ja, jetzt geht's eigentlich schon los mit den Outtakes. Ich habe gar nichts hinzufügen. Außer natürlich, weil mich auch immer wieder Leute fragen, ja, den Song, den Osterhasen-Song Bunny Bars gibt's auf jeden Fall auf allen Plattformen, Streaming, Diensten wie Spotify und Co. Wir würden es natürlich über die... Ich hatte gesehen, war das auf Twitter oder auf... Nee, auf Insta, glaube ich. Auf Insta habe ich gesehen, dass der Bunny-Song richtig nice ankommt gerade, ne? Irgendwas habe ich gesehen. Irgendwas habe ich gesehen, dass der Bunny-Song gerade richtig, richtig, richtig hyped ist. Ich muss gucken. Nein! Ich hatte es doch hier irgendwo gesehen. Habe ich das geträumt? Habe ich das geträumt? Habe ich davon geträumt? Aber doch, ich hab's... Ich... Ich... Bestimmt. Bestimmt! Komplette Community-Power-Freund. Lasst gerne ein Like da, lasst einen Kommentar da, aber vor allem unter dem Hauptvideo. Ihr wisst, Freunde, ich sag das nicht oft, aber bei den Hauptvideos, da ist der andere Do am Start. Der Osterhasen-Dreh war leider sehr, sehr problematisch, aber darüber haben wir auch schon in unserem Reaction-Video gesprochen. Es lag auch so ein bisschen an diesem Kostüm selbst, aber trotzdem sind supergeile Momente entstanden. So viele coole Lacher, so viele coole Outtakes. Deswegen wünsche ich euch natürlich viel Spaß mit dem Video. Ich weiß gar nicht, warum ich das hier mache. Ich sag jedes Mal dasselbe eigentlich. Ciao! Grüße, sechs, sieben, acht, eins, zwei, komm! Das ist doch schon mal was. Das ist toll! Super läuft das bei dir! Oh nein! Ticken auf Tisch! Es gibt einen Stein, aber ich habe es vermasselt, sobald ich den Zorn, meine Nöbel, geliebt werden zu wollen. Das ist ein... Du parkst nie wieder auf Zollparkplätzen! Du parkst nie wieder auf Zollparkplätzen! Ich bin wirklich gebrochen. Als ich diesen Fall gesehen habe war so... Da ist Pilze drin, ne? Ahaha! Ja, ja, ist ja gut, ist ja gut, ich mach schon, ich mach schon, ich mach schon. Original, der hat die Baby-Baba-Balabi-Zone und jeder Stadion-Fall. Ja, ja, ist ja gut, ich mach schon, ich mach schon. Original, der hat die Baby-Baba-Balabi-Zone und jeder Stadion-Fall. Weißt du, ich hab verstanden. Geliebt werden zu können. Wenn alles gut läuft, das ist genauso, wenn man ein Gruppenbild macht und denkst so, boah, ist voll schön gewonnen. Und einer so, ich hab die Augen zu. Ah! Das ist nichts als ein heißer Wunsch. Der wär gut gewesen. Ich wollt grad die vierte Wand durchbrechen. Oh, schau. Du bewegst dich auf ungesundem Pfad. Das ist ne Pause für Zuschauer, damit die sich was überlegen können. Du musst lernen loszulassen. Ah, fuck. Mann, ich konnt's grad eben auswählen, ich schwör's. Ich hab nur noch eine letzte Bitte. Meine Bürde ist raus. Moment, 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 Moment. Nein, 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 das ist perfekt. Oh, weißt du ja. Oh, Loda. Geil, wenn die Schärfe auch da gewesen wäre, das ist wichtig. Mann, weißt du, wie groß dieser Display ist? Nicht groß. So, mein allergrößter Fan bin nicht ich, sondern ist Julia. Deswegen haben wir uns überlegt. Ist das, also, macht ihr das jetzt, um sie bloßzustellen? Nein, gar nicht. Was ist das für ein Bild? Hey, das ist das Süßeste mit Elfa. Ich brauch doch unterschreiben. Ja, aber für Julia Berdix. Guck mal, Julia. Hier ist der Beweis. Das ist ein Unterschrifter, übelst geil. Ebay 1000 Euro. Alter, wir sind die Größten. Horgens, wir haben grad gesehen, dass hier nur eine Folie ist. Ach, ich dachte, das haben die mit Absicht so gem... Pfff. Hahaha. Hahaha. Das ist wieder Absicht. Ja, okay. Nein, voll dumm. Ja, ist sogar noch viel schöner geworden. Dafür braucht das hier. Hallo, Julia. Es geht. Geschenk für dich. Hahaha. Das sind, oder? Hm. Perfekte Geschenk für dich. Ah! Hahaha. Hahaha. Oh mein Gott. Zeig mal. Süß. Ein Autograf. Ein Autograf. Aber ich freu mich voll. Hahaha. Süß. Ist das echt, oder? Das ist echt. Nein, das ist echt. Hahaha. Süß. Oh mein Gott, feinlich auch. Feinlich, feinlich. Ah, wie geil. Geil. Zeig doch mal in die Kamera. Für Julia, bad eggs. Oh mein Gott, das geht nicht mehr übers Bett. Was wir für die Community und die Fans machen... Hattest du nicht gedacht, ich hab einen vollen Knall? Nö, ich glaube, ich fand das auch ganz süß. So, das war's. Sweet. Das ist mein Bild. Da unterschreibe ich jetzt. Wow. Hm. Man weiß nicht, von wem das kam. Warte. Schnitt. Schnitt. Okay, das reicht. Peace. Du musst in die Maske. Du bist zum nächsten Set. Ja, wenigstens Catering. Es fällt mir so schwer, meinen Mund aufzumachen vor der ganzen Mannschaft. Ich muss das heiß machen. Schnitt. Okay, das reicht. Ab in die Maske. Du bist zum nächsten Set. Wir haben unser Catering. Haben die da Nudeln? Sogar glutenfrei. Nice. Geil. Ich seh einfach nur, wie du so ganz schnell weg bist aus der Szene. Aber das ist doof. Ich wollte mit meiner Mama noch aufs Paar fahren. Ja, das ist ganz schön. Nein, ein echter Stein. Keine Metapher mehr, Vater. Achja. Ja. Ich bin Profi übrigens. Ich bin Kuss an deiner Wand und das war wer dich erkannt. Hab ich die Donnenkrone an. Ich sage reingeguckt. Ich guck das doch in meiner Wand. Ich bin der Eis. Chill, bleib mit dem Auge. Ich bin nicht mehr mitgepässt. So viele Sachen auf einmal. Ja, ja, ja. Arme hoch, Auge, oh Gott. Ein bisschen tiefer noch. Ein bisschen mehr zur Kamera. Ein bisschen tiefer noch. Ein bisschen. Ein bisschen. Kleinknacken höher, ja. So, ja. Das ist ja perfekt. Oh, jetzt war zu viel. Mac. Kamera los! JxR V. Lassr V.... JxR V để M vc oderP vc? Mh�� tc in vc,heimer vc. und bitte das war ja ganz schön laut nein das ist total bescheuert das kriegst du voll einfach weggesaugt ich ziehe jetzt einfach so raus ja und eine kasse filmcrew bräute karten und der fette filmcrew und ein krasses feature das ist richtig cool ich mag ihre musik so gerne habe ich schon letztens gesagt ich finde ihre musik so cool sie ist so cool i like süß die leute müssen wieder lieben lernen so mein moin deine filmcrew ist jetzt da das andere ist noch mit englisch das war falsch ja es ist auch cool bei autics immer zu sehen wie dinge überhaupt zustande gekommen sind und so vor der bearbeitung finde ich mal voll interessant scheiß ruhe geht nicht auf der osterhase typisch dass so ein c-promi wie ein lauten machen muss aber noch viel schneller noch schneller okay na wusste ich es doch der osterhase typischer so ein c-promi noch schneller c-promi wohl eher d d wie dschungelkerl ich komme doch früher d wie deine mutter ja du bist die kackwurst 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 das hat jetzt so ein bisschen diesen holländischen ich kenn das nicht die lacht die ganze zeit im hintergrund meine tasche da ist alles drin mein handy mein portemonnaie mein geld meine sparkassenkarte meine au-karte karte bitte was du karte ich hab's halt mal karte gesagt nochmal warum hilft mir denn keiner bitte helfen wie geil ist sie denn ich die frau ist der hammer bitte helfen sie mir bitte helfen bitte helfen sie mir doch mach doch was Polizei hey ruft doch jemand mal das handy ich hab kein handy verdammt ruft doch mal an strong der hat jetzt ist erik abgedreht ja steck dir doch irgendwas aus wir haben noch Zeit lass uns doch noch diesen tanz mitnehmen zu tun schluss ja schluss du nicht original bad bunny baby baba palavito laut jene stannie party mit dir als aufreakshow morgen ist mehr opfer als bei tarantino weiß wie der heiße läuft und so gibt es mikro ich vernichte mehr gras als snoopdog du schaust zu wenn ich moves in der blutdruck und er prüft aber fäll ist gut so auf doppeltime best so geht das blutkoch nice 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 leute es ist wie es ist outtags lohnt immer sind immer sehr sehr witzig sehr sehr cool hat sehr viel spaß gemacht wie gesagt ist auch immer sehr nice zu sehen wie teilweise dinge vor der bearbeitung so halt passieren und ah ich find's nice hat spaß gemacht ich hoffe euch auch lasst einen daumen nach oben schreibt was in die kommentare lasst immer extrem viel liebe beim original video und dankeschön fürs zuschauen bye bye bis zum nächsten Mal